Hallo, ich bin Johannes Friedrich, Oberbürgermeister hier in Nottingen und ich möchte Ihnen zeigen, warum es eine gute Entscheidung ist, hier im Team der Nottinger Stadtverwaltung zu arbeiten. Hier in unserem wunderschönen Rathaus sitzt die Kernverwaltung mit spannenden Berufen von Landerverwaltungsspezialistin bis zum Ingenieur. Im Nürtinger Rathaus arbeiten Beschäftigte der verschiedensten Berufe eng zusammen. Teamarbeit wird groß geschrieben. Nicht nur hier bietet die Stadt zahlreiche flexible Arbeitszeitmodelle an. Kurze Wege und flache Hierarchien machen es möglich, bürgerorientiert schnelle Entscheidungen zu treffen. Angehenden Führungskräften stehen mit dem Interkommunal-Nachwuchs-Führungskräfteprogramm alle Türen für eine erfolgreiche Karriere offen. Natürlich gibt es in Nottingen nicht nur die klassische Verwaltungslaufbahn. Zum Beispiel hier in der Kläranlage oder beim Bauhof gibt es viele technische und handwerkliche Berufe. In der Nürtinger Kläranlage ist Umweltschutz die tägliche Aufgabe. Um eine hohe Effizienz zu erreichen, muss die hochmoderne Anlage von eingespielten Profis betrieben werden. Eine wertschätzende und mitarbeiterorientierte Zusammenarbeit mit den Führungskräften ist dafür die Voraussetzung. Die Beschäftigten beim Bauhof sorgen das ganze Jahr über für ein gepflegtes und ansprechendes Stadtbild. Top ausgestattet haben die rund 60 Beschäftigten ein enormes Leistungsspektrum. In jeder Stadt ist die Kinderbetreuung ein wichtiger Bestandteil. Auch hier ist uns ein gutes Arbeitsklima sehr wichtig. In engagierten Teams wird die pädagogische Arbeit geplant und auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt. Dabei haben die Beschäftigten viel Freiraum, mit den Kindern auf Entdeckungsreise zu gehen. Übrigens, alle Beschäftigten erhalten einen Zuschuss, wenn sie mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV zur Arbeit kommen. Ein umfangreiches Angebot der beruflichen Fortbildung erleichtert es unseren Beschäftigten, neue Aufgaben zu übernehmen oder die tägliche Arbeit noch besser auszufüllen. Damit unsere Beschäftigten fit bleiben, gibt es auch tolle Angebote zur Gesundheitsförderung. Viele Beschäftigte nutzen auch gerne die Angebote, sich außerhalb der Arbeitszeit zu treffen. Zuletzt ist Nottingen eine hochattraktive und touristisch interessante Studentenstadt mit hoher Lebensqualität. Die Landeshauptstadt Stuttgart und das Biosphärengebiet Schwäbische Alb liegen in unmittelbarer Nähe. Jetzt hoffe ich, dass ich Ihr Interesse geweckt habe und freue mich auf Ihre Bewerbung. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.